euer Olaf Schlierbach und wir spielen heute mal wieder eine Runde. Schamblick. Ich hab mir wieder ein neues Texture-Pack gemacht, aber das werde ich erstmal behalten. Ja. Hoffentlich. Das war natürlich knapp wie Wurstkacke. Und eben habe ich zwei Runden mal gespielt. Einen davon habe ich gewonnen. Also ich habe beide aufgenommen. Und die, wo ich gewonnen habe, die hat nicht also die hat schon aufgenommen, aber nur mein Ton. Sonst war Black Screen. Oh Gott, Alter. Was ist das denn für ein Modul? Ah? Okay. So, Modul Dreh. Schön. Mal wieder alleine mal. Jetzt hätte ich das jetzt meinem Kumpel gesagt, dass ich mal bei Modul drei bin. Könnte man eigentlich nicht von hier nach da? Also von da nach hier meinen die eigentlich? Boah, eine Truhe nach der anderen looten. Das ist... geil. Ähm. So. Boah, ich kenne... Ich hasse diese Modula. Muss man einfach nur lange laufen. Und Sprünge gibt es ja auch kaum. Boah. Ja, doch. Sprünge gibt es aber. Ich habe keinen Fail. Aber werde ich gleich eh haben. So wie ich mich kenne, wenn ich das sage. Aber gerade geht's. Oh, gut. So. Jazzblade haben wir schon gut. So. Jetzt kann ich ja eh noch mal hier. Das machen wir wieder knapp. Modul 6. Ohne Fails. Aber hier werde ich 100% einen haben, weil... in der Folge, wo JLP geläftet ist. Da habe ich hier die ganze Zeit gehangen. Aber... Ich habe ja in letzter Zeit mit YOLO gesuchtet. Also das ist der Typ, mit dem ich... Jump Maze aufgenommen habe. Ja. Wie ich es vorausgesetzt... gesagt habe. Nicht gesetzt habe. Ja, ist gut. Puh. Aber wir sind mit einem großen Abstand vorne. Das ist doch schon mal... Ach, was? Als ob ich den gerade... Als ob ich nicht auf den Blog gekommen bin. Ach, Mann. Der eine holt aber ganz schön schnell auf. Boah. Hä? Was ist denn mit mir los? Ich bin einfach nur angespannt. Okay. Puh. Hm. Ja, ich suchte ganz schön mit dem Typen YOLO. Also... Mit dem YOLO. Und ich suchte nicht YOLO, sondern ich suchte mit YOLO. Mann. Dieses... Modul. Boah. Eingedrückt. Ja, Alter. So, jetzt bin ich eh nicht mehr Erster. Doch. Der hat kurz vorm Checkpoint ge... Failed. So. Ja, schön. Ja, ja. Es war wieder klar, ne? Es war wieder klar, dass ich faile. Ja, das ist doch nicht wahr. Ich werde die Runde eh wieder verkacken, so wie ich mich kenne, weil... Jetzt bin ich so aufgeregt und in der Runde auch im Deathmatch. Boah. Oh, Mann. Immer wenn ich aufnehme, dann mache ich ein Fail und das ist nicht super. Ganz im Gegenteil. Dann fail ich 5000 Mal. Oh. Ja, jetzt hat er mich schon aufgeholt. Dieser Maurice. Aber wenn er so lange fürs fünfte Modul gebraucht hat, würde er auch lange hierfür brauchen. Alter. Oh. Komm, Fail. Was? Als ob. Als ob der das geschafft hat. Oh. Jetzt werde ich auch noch aufgeholt. Schlimmer kann es für den Olaf doch nicht werden, oder? Ne. Okay. Der Tag ist schon blöd angefangen. Hat schon blöd angefangen. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Ne. Ohne mich. Ich bin gleich raus. Alter. Junge, wie kann man denn so failen? Das ist doch... Ach, Mann. Ach, Mann. Warum? Warum zum Teufel? Jetzt als ob ich das hätte bekommen habe. Alter, guckt's euch an. Puh. Ich konzentriere mich jetzt mal hier. Jawohl. Endlich. Puh. Schon besser. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie durch das Modul hier. Kenn ich auch noch nicht. Toll. Ach, da oben. Wie das einfach scheiße war, die Truhe. Wie die Truhe scheißener war. Mann, jetzt ist das schon wieder so lange. Dieses Modul. Das ist doch nett. Und es ist schwer. Oh. Ja. Ich drück die Tastatur durch. ich. Genau dann leckt's. Komm, los, bann mich vom Server. Wie mich das Nerven kostet. Und wie die einfach alle weiter sind wie ich. Und ich nur noch eine Minute hab. Oh, Leute. Ich hab mal wieder die tollste Runde erwischt. Aber ehrlich hier. Endlich. Ne, Junge. Jetzt mach ich das Modul noch fertig. Wenigstens hier das. Und noch die Truhe. Oh, hat die sich gelohnt. Ach du Scheiße. Okay. Haben wir nochmal reingelackt. Okay. Hoffentlich. Okay, da sind direkt zwei. Ich geh auf den da. Nein, da sind zu viele. Los, ich hab dich doch geboostet. Alter. Da wollte ich mich einfach abstauben. Wie so ein dreckiger. Ich muss mich chillen. Also ich muss mich chillen. Best deutsch Olaf. So, 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 oh, so, oh, so, oh. Okay, ähm. Sie haben nur noch alle zwei Leben. Okay, da haben wir auch nochmal einen Kill gemacht. Schön. Okay, grad war einfach das Sound weg. Als ob die mich so halt abstauben. Freundchen! Wollte das auch probieren, ne? Auf den oder den? Ja, ich geh auf den. Eins, zwei. Jetzt hat er mich im Kopf wep. Aber er hat mich nicht angegriffen. Ey, gut. Echt, das war echt schön. Das war cool von dem. Ah, er sieht mich. Schön, danke. Okay, ich kann nichts mehr rausnehmen. Wurde schon ausgeklaut. Aber ich hab tatsächlich mal eine tolle Runde jetzt. Also, ich kill schön viele. Das wird sich jetzt... Was ist mit denen los? Hätt gern noch den. Ich brauch noch ein Tier. Okay. Ey, wenn der jetzt noch aufnimmt, dann hab ich Glück. Digga, komm runter. Wenigstens probieren sie es. Ja, komm. Und Tier hat er nett. Schade. Okay, noch der letzte. Endlich hab ich mal ne Runde, ey. Ja, komm. Ich hab ja einen Kompass. Ach, da ist er ja. Wenn er jetzt noch... Wenn er sich jetzt umbringt... Ja. GG. Also, ich hab noch volle Leben, ne? Okay, er schreibt GG. Danke, Leute, fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr erst mal neuer Wertung da habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.